Was ganz, ganz, ganz Ruhiges, um nicht zu sagen, was völlig Ruhiges. Und das heißt, Resolution der Kommunarden. In Erwägung, dass wir uns anhebeln, mit Gewehren und Kanonen drohen. Und wir beschlossen, um ein schlechtes Leben, mehr zu Furcht und Eis den Tod. In Erwägung, dass wir hungrig bleiben, können wir dulden, dass ihr uns bestellt. Aber wir in der Stadt, wir können uns entschreiten, unser guter Brot entbrennen, das uns fehlt. In Erwägung, dass wir uns anhebeln, mit Gewehren und Kanonen drohen. Und wir beschlossen, um ein schlechtes Leben, mehr zu Furcht und Eis den Tod. In Erwägung, dass wir Häuser stehen, während wir uns ohne bleiben lassen. Und wir beschlossen, ihr sollt einzuziehen, weil es uns in unseren Löchern nicht mehr passt. In Erwägung, dass wir uns anhebeln, mit Gewehren und Kanonen drohen. Und wir beschlossen, um ein schlechtes Leben, mehr zu Furcht und Eis den Tod. Und in Erwägung, dass wir der Regierung, was ihr immer aufgespräch, nicht trauen. Und wir beschlossen, unter eignen Erfüllung, so mehr ein kindes Leben aufzubauen. In Erwägung, ihr hört auf Kanonen, an der Sprache könnt ihr nicht verstehen. Und wir dann nehmen, ja, das wird sich lohnen, wie Kanonen auf euch drehen. Und wir dann nehmen, ja, das wird sich lohnen, wie Kanonen. In Erwägung, dass wir uns anhebeln, mit Gewehren und Kanonen drohen. Und wir beschlossen, um ein schlechtes Leben, mehr zu Furcht und Eis den Tod.